Hallo, wir spielen This Means Warp. Das erste Mal, wir haben keine Ahnung mehr vertogen, deswegen wir sagen wir gehen einfach rein. Schau mal, ist ein Roguelite? So ein bisschen Richtung Farther Sunlight als Multiplayer. Hallo Mann, ich gebe erstmal Breaking News für euch. Nord Decoration of War, Outer Rim Planet destroyed. Eindrücklich. Ruf, Todes stellt kaputt. Ja. Meine Brille ist träglich. Hello Cro-Mates. I'm the primary experimental navigation intelligence system. Richard. Und you like to intend, ja. Play Intro? Dann machen wir erst mal eine. Play Intro. 1, bei mir stand da kein 1, bei mir stand da ein Kreuz. Weil da kommt wieder angeschlossen. Vielleicht dann. Wahrscheinlich. Da bei. Future. Ich hab den, der Controller wird tatsächlich nicht nur geladen. Und eigentlich hab ich den muss. Dann ist der angeschlossen. Ja. Das hat ein bisschen, woher dann funktioniert es scheint. gut. Ja, komm mal jetzt funktioniert es auch. Dann spiele ich wohl mit dem Controller. Ja, ich kann es reparieren. Ich kann es reparieren. Nicht gut. Ja. Ich kann es reparieren. Ich bin der Recepter. Ich bin der también. Ich bin der der, der wird still. Ich bin alles. jetzt wieder über tastatur und jetzt ja ich würde gerne auf jetzt wird hier geschossen kaputt easy okay das ist ja nein gar nicht interessant kann nur ein verhältnis mit wie erst die kommen hier denken so hier ja okay ja dann doch warum nicht geschossen hast jetzt kann sie noch nicht zu fließen ich fand man ist so freundlich geschießt das macht die auch richtig geil wir sind freundlich nix hier waffe reparieren gehen wir nicht reparieren muss dann ein bisschen amal ja auch ein schaue ich wurde einschränkt nicht müssen 8 prozent okay gibt verschiedene sachen jetzt die kannst du dann in deine systeme packen aber sie sind da auch hier drin kann man ja nicht wieder raus war das scheint weiß jetzt zu sein die ganze mit e ich kann man die serien zumindest also ich habe der waffe jetzt hier zwei lebenspunkte mehr gegeben captain sie doch sie will immer so hier und in seinem welt hier haben wir mal gewonnen fliegen meiner rechste felder ist bloß gezeichen müssen wir besiegen ähnlichen zählischen du wirst du mal drücken an weil sie ja ne ich glaube erst ne in der rutsch so stimmt hier in seinem raum als komm lauf triebwerk 11 prozent der match mal hier gut per puls noch den repuls ich auch so mal ausziehen und so schneiden auch schon laufen da kannst du da reinpacken ok ich kann man ja so wieder raus ich kann die aber austauschen zu können hier ist auch ein burst laser kann die waffen austauschen ok das ding ist so ein repair puls dann wirklich die die sachen reparierte hier am schiff dran sind ok ich konnte eine waffel ist tauschen der macht der ist anscheinend wird macht das ich weiß nicht was hier wird ist also mehr hells hat auf jeden fall mehr ladungen mit neuen ladungen ein woche weniger schaden 5 statt 4 aber es ist ja wieder frei dann kann man die leute reinsetzen erst mal raus gehen und ja ja ich bin schon raus ich möchte teilen so weiter geht weiter war ja jetzt so jetzt haben wir hier auswählen hat es hier unten nochmal und rechts haben wir ein ausrufezeichen ein händler muss ja du bist du machst du hast ja genau ein customer wir können ja wo es wird dann unser geld ich habe jeweils 50 dollar ja das heißt ja das ist alles vergessen sollte nur bis zur 323 ja ja weil ich habe den können wir jetzt hier ist das buskampf anscheinend aber auch nicht hin was hat hier ist nicht mal da ist und das artitektes an so ließ es weiß das offensiv nur dass wenn sie fluss aber ich habe einfach mal defensiv sagen ja und zwei mal hier antiläser schützt ach gott ok die kamen sogar als erlesen ich kann wahrscheinlich nicht auf deinem schiff kommen oder so doch mal da eingestellt ich kann nichts dran machen das scheint automatisch zu funktionieren so eigentlich mal so ja da ist gar nichts mehr hier ist auch nichts mehr dann wenn wir mal kämpfen das ist ja ich bin aber ready ich habe keine moment gar nichts wenn ich jemand überleben oder so ich bin mal ja ein bisschen nimmt sie doch mit haben sie verriert die wollen schließen uns aber nichts gemacht und schreibt auch da die hülle reparieren nicht recht nicht sagt er gibt wahrscheinlich nach am kampf daten wäre aber zu leben wie sie jetzt schon mal sagen cool down ja ich muss ja munition reinfüllen du ja nicht ich auch noch nicht so oft falsch aber das geht nur an sachen das heißt wir können hier der zeige ich dir an mit einem grün mit einem grauen auf die munition hatte packen auf den anti laser turrets bis jetzt haben wir nicht so kein problem das ist okay dann das kampf auf geht es darf erst mal immer ab asteroid gibt mir munition schießen direkt ich komme gut weil ja nichts passiert hier kann ich noch nicht mehr verrieren ja ich weiß ich kann glaube ich nicht reparieren wenn du wenn ich nicht reparieren immer drin sitzt oder den generator ja nichts hier und reparieren die wird nicht kritik aber noch muss ich da oben lang war nehmen und ich würde per puls muss man anklicken und dann repariert er einfach alle ja einmal so ein bisschen glaube ich kann nichts hier abschießen dafür kaputt machen scheiße hat mich gereicht deine munition mehr ja nicht du die andere ich habe den munitions den kaputt geschossen und man noch mal auf dahinten der wollte ich auch gerade drauf ja nein die fiel ist was jesige soll ja was ja zack hat kann man denn hier schönes muss fünf leben minus neun cooldown wenn es lebt hat du kriegst mir schon so einfach kreuz ist okay das ist ja mal hier ein bisschen schaden den translator eingepackt fünf leben das war ein dickes plus 14 wir können quasi entweder den translator haben aber mehr einfach nicht ist anders okay grundsätzlicher abholzweiter können und glaube ich sag immer wieder neues rein quasi position hat jetzt auch ein bisschen weniger cool das auf geht auf gehen mission komplette läuft doch ja in den goldenen ring ein ob sie der weg geht mal wo geht okay der nächste ist damit feier scannen wollen die star across all ships vorjahr ja hört sich zwar ein bisschen dumm an dazu gut ja für kluge entscheidungen zuständig und das richtig genau wenn man den pp dann schnell reparieren eben macht das schon nicht so viel helfen war ja okay ja ich habe sie die sie haben alle 150 jeweils sind dann so oder nicht ich denke mal den antilasert ist wieder haben wir ja schon so weit ist ein drop 50 so und can be connected and used by other players das war mir müsste so der cloud und impact erst halt die frage werbe kam es hat hier unten gewesen fast account und offensiv bums aber wir haben ja nicht und die laser turrets haben wir schon konnte man halt mehr von haben ja wir haben ja wir haben einen antrieb und ein anti physical turrets also entweder wie wohl oder den missile launcher hat den einer kauft ich will ich bekomme und sagt mal her an die kuschel ballista feierst du hast 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 das ding hier haben wir arbeitet hier weniger cool dauern das hat 15 sekunden oder auch nicht 25 aber wir stehen wir haben ja nicht eben der quatsch hat sich das hat 34 sehr richtig teuer also der wird sich ganz lustig an können und dann müsste ich gar nicht um 50 hier rein oder hat macht schon jemand habe ich schon zack zack welche 8 welche tauschen aus noch denn hier wahrscheinlich die hier weil der oder ist ja schon eine andere waffe drin zack und sind damit aber da rein aber wir müssen uns beidigen oder so wahrscheinlich und dann bin ich und die kaputt scheint nichts wird es nicht ob es jetzt trifft und jetzt kann ich aber auch nicht kaputt machen ich glaube nicht dass wir schon zwei weil sie reparieren reparieren ich mache die wand dazu ja bisschen ist auch eine wand kaputt ja 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 na sag wir haben kriegt das nächste ding er alle begrennen das ist noch nicht aufgeladen ja 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 geschafft aber geschafft ja offensive bums haben wir nicht mit dem entschritt bei ihren oder schneller sein ich will besser operieren ist ja klar so haben wir so eine stelle fragezeichen nach unten es hilft uns richtig weiter ja er ist mehr als vorher das richtig von der hauptsache du 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 alter warum sie denn ihre das ist gut dass er noch eine knarre die angeht was so jetzt kommen wir nicht durch weiner brenz und zurzeit hast ja ja gut eine seite schon mal kaputt andere auch er muss mit okay ja zufällig ja weil wir kommen stimmungsmuster hat ja also so hast schon drei drin okay ich hab schon dann machen wir hier ja ich hab da jetzt was man den tolles erst mal dran gemacht ja hier sind zählt wieso ich sagte länger können wir können an leute anstellen ja niemals in die gang reparieren ja sagen sehr gut ganz soll die nicht machen oder ich habe schon ausgemacht warum kannst du ja auf okay bei mir ist das y wird welche taste ist dazu panel ja 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 würde ich sagen machen wir mal gucken wer hat die uhr gemacht hier ne ja geh mal geh mal in die uhr guten schuss das war spiel und die nehmen spiel und die Ich bin Lunkie immer mal. Kann das mal dir? Nö. Nö, schein mal nicht. Keiner Komode. Auf einer Füße. Nö, das ist die eine. Aber es sieht aus. Ich denke, es sind Piraten. Hier sind verschiedene, verschiedenfarbige Dingens. Die müssen wir wahrscheinlich da draufschmeißen. Richtig. Ah, wo ist der orange Style? Nee. Oh, wir haben nur eine Zeit. Wir sollten uns beeilen. Deswegen war da auch eine Stabbrühe. Das hat hier richtig. Da muss man zu dem, was leuchtet. Hier oben ist der blaue. Über dir ist der blaue, glaube ich. Das muss immer zu dem. Ich kann hier nichts rein tun. Es leuchtet immer ein Ding. Ja, und das ist aber der orangefarbene. Wahrscheinlich leuchtet der blaue, wenn der eine vorbei ist. Dann war ich doch richtig. Ich muss doch dann da hin einfach. Brauche ich schon mal. Weil es im Blues auf jeden Fall da unten ist. Ich kann das bestimmt schon vorher hinlegen. Ich spawnen ja immer wieder neu. Ich spawnen ja immer wieder neu. Ich spawnen ja immer wieder ein neuer. Sieben stück müssen wir collecten. Orange bräuchten wir jetzt. Ja, wir machen das jetzt mit orange. Ja, aber der ist. Sekunden, zehn Sekunden. Oh, no. Schon auch nicht. Ja, da bin ich zumindest fünf. Ich denke mal, wenn wir jetzt fünf Stücke geschafft haben, werden wir fünf kriegen. Statt sieben. Äh, gar nichts. Fähig. Okay, ich schaue. Ich schaue. Naja, ist noch nie ein Profi von mir gefallen, ne? Ja, dann wollen wir erstmal die Events kennenlernen, ne? Genau! Ja, dann haben wir hier noch so ein... Treffer oder was? Treffer, genau. Treffer, Fock. Alter, das ist... Halbier mit einem Sniper. Dann können wir nehmen. Oder an sich zu sagen. Zusammen mit einem Schalt der Amobox. Lass mal ein Abo. Nehmen. Amobox. Amobox. Das ist der Emobox. So, den darf ich mal nehmen. Den darf ich mal nehmen. Hier hin. Weiß ich nicht. Da wird viel Kfaden, aber da war noch ein Schuss. Ja, lass liegen denn erstmal. Na ja, vielleicht verkaufen. Ich weiß nicht, dass wir mal liegen. Das war liegen. Wir haben doch da hinten einen komplett leeren Raum. Ja. Irgendwann dahin. Ich bin nicht im Weg. Ja, da ist leer. Ja, da war noch Fragezeichen. Fragezeichen. Zeichen. Ah, direkt hier. Mal. Räck mal. Alter. Ja. Ja. Ey. Sie haben ja komplett kaputt. Ja. Ja. hier brennt er macht sie alles klar schon mal gegen die sniper kennen aus sie machen ein bisschen mehr bums glaube ich macht ich eng fest joh muss man aus muss man man wo ist hier muss man wirklich schaden ich sehe ja nicht froh ja was hat er erhalten aber ich habe den kann ich nicht reparieren während des kampfes war der fans und blöck da unten geschießt auf die waffe oben wenn du vielleicht mal zeit hast es war voll habe ich aber ich habe auch gar nicht reparieren so geschafft und nice so wir haben wieder das war was many as you can jetzt ich habe hier ein einer oben einer ich habe hier so viel zuvor im bereich hier so zack klickt ihr die an oder ja Wir haben ein bisschen mehr in den Spaces. Ey! Was ist das? Noch zwei! Jawoll! Timo! Jawoll! So! Nice! Plus 4 Hülle! Nice! Weaken! Applies Weaken to all enemy systems, 60 seconds cooldown! Geil! Zack! Rein damit! Wir haben Kämpfe und wir haben... Kämpfen! Würde ich auch sagen! ... 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 denn dann wissen wir nicht wie die wieder mit den tritts funktioniert richtig noch nichts machen mit den türen und ja ja verdammt Oops. ups es war dann echt jetzt ja vor allem hast du sie einmal weggemacht und jetzt musst du sie noch mal weg machen ich habe auch kein gutes gefühl bei der sache könnte ein bisschen das ist nicht so gut aus okay das war alles aber okay okay für das super feuer immer und jetzt jawoll ok ja gut spaß gemacht aber wir sagen sie immer beim nächsten mal versuchen nicht zu werden zu werden